Ich begrüße euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von LDOE, heute im Sektor 7 und heute ist etwas Großes geplant, denn wir gehen in die dritte Zone bzw. ins rote Gebiet. Hier nochmal die Kollegen, ich bin mit Technoblack und Randy unterwegs aus meinem Clan, sind schon in der Gruppe drin, aber zuerst habe ich hier noch 10 Pakete des Erkunders. Man braucht ja ein bisschen entsprechende Ausrüstung für das dritte Gebiet und deswegen wird mir dieses Paket dann ein bisschen Abhilfe schaffen und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Erkundter Respirator haben wir dann auch schon dabei, einmal ein paar Schuhe, da haben wir noch einen Python bzw. einen alten Revolver, so improvisierte Pistole mit Schild, da haben wir eine Hose, brauchen wir jetzt nur noch eine Jacke, so wie es aussieht, heute kein extra Item dabei. A, ein Gewehr und ansonsten sieht es ein bisschen schlecht aus, was die extrem seltenen Waffen angeht und eine Jacke haben wir leider auch nicht bekommen. So, nehmen wir mal eine Hose, ist noch nicht draußen, jetzt Erkunder Respirator, Erkunder Stiefel und eine Erkunder Jacke vom letzten Opening habe ich dann hier auch noch. Ihr seht, ich bin schon ausgerüstet, habe ein bisschen was auch zusammengebaut vor einiger Zeit. So, ich würde sagen, einen alten Revolver und ein Gewehr. Ja, einen Schädelspalte habe ich mir zusammengebaut, ist schon ein bisschen her, aber so wichtig für den Sektor, Essen und ja, Trinken mitnehmen, damit ihr natürlich auch nicht verdurstet. Und ansonsten auch Thunfisch unbedingt vielen mitnehmen als Hilfe und ich nehme jetzt einfach mal noch, um euch den Nutzen dieses Gebräues zu zeigen, den Strahlenschutz mit. Kann man momentan nur, ja, kaufen, soweit wie ich das weiß. Ich weiß nicht, ob man den finden kann, aber ja, der ist halt dazu da, damit die Strahlung, die ihr abbekommt, natürlich ein bisschen gedämpft wird für eine kurze Zeit. So, Technoblack muss kurz sterben. Ich schreibe mal Können los. Da wissen sie Bescheid. So, und dann müssen wir noch auf Technoblack warten. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns einfach auf der Karte wieder, wenn wir hier alle bereit sind. So, da geht es auch schon los. Aktuelle Position, totes Holz. Wenn wir einmal auf der Karte sind, können wir dann noch die Belohnungen hier mitnehmen von den Ödlandmeisterschaften. Und, ja, würde ich mal sagen, eintreten in das Gebiet und dann mal gucken, was die Strahlung sagt. Weil die ist nämlich in den Gebieten, desto schwieriger sie werden, natürlich auch, ja, schwieriger, beziehungsweise häuft sie sich, beziehungsweise wird stärker. Und das leitet natürlich auch dann, da muss die Rüstung dann drunter leiden und deswegen müssen wir mal schauen. Also, Erkunde-Respirator plus 6, ansonsten, ja, macht ihr, glaube ich, über 20, 26, glaube ich. Und hier sind auch die Kollegen. Dann nehmen wir mal eine Schrotflinte und eine Schädelspalte rein und am besten den Thunfisch. So, und vielleicht kriegen wir da auch die Quest fertig mit den Moda-Zombies töten. Die habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten dort. Und, ja, würde ich mal sagen, ballern wir mal drauf los. Okay, das war... Das ging jetzt gerade richtig schnell. Okay. Also, zu dritt ist es schon ein bisschen einfacher. Die Strahlung steigt, desto näher wir an der Kiste sind. Auch unbedingt auf die Lebensdauer achten. Also, auf die Lebensanzahl. Okay, perfekt. Moda-Zombie ist weg. Hat nichts Gutes gedroppt, nur ein Seil. Den Stein hier, den brauche ich nicht. Ist jetzt nicht sehr effektiv, sollte man nicht machen. Ich mache es aber, weil die Rüstung sehr darunter leidet. Deswegen, ja, damit ein bisschen Zeit eingespart wird. Wir haben hier Dünger. Bisschen was zu essen. Und ansonsten den Rest lasse ich mal für meine Mates mit drin. Und auch unbedingt wieder aus der Strahlung rausgehen. Denn sonst kann die uns dann tatsächlich auch noch ordentlich was an Leben wegnehmen. Wir sehen es schon am Akunda-Respirator. Aber der hat jetzt schon ordentlich gelitten. Nur von dem bisschen. Also, was die Strahlung angeht, muss ich persönlich sagen, ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Finde ich ein bisschen zu viel. Aber, ja, mal abwarten, was da die nächsten Updates vielleicht noch an Änderungen im Sektor mit sich bringen. So, war das jetzt hier nur eine Kiste, oder? Ich habe keine Ahnung, was ist jetzt hier? Ah, hier unten haben wir noch eine. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, einer muss immer den Anfang machen. Unterstützung gibt es ja sowieso von allen hier. So, also hier auch wieder nichts so Wertvolles drinne. Und dann. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht gleich alle an die Wand kommen. Aber das sah ja schon mal gut aus. Okay, und dann mal die nächste. Hm, das geht schon ganz schön ab. Und was haben wir hier? Den Moda-Zombie. Perfekt. Da haben wir die Aufgabe dann auch noch gelöst. Hm, hatte nicht mal die Chance, noch ordentlich zu spucken. Perfekt. So, mal gucken, was die Kiste hier beherbergt. Plus 200. Und sogar ein Polizeischild. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier sogar ein Polizeischild rausbekommen. Verrückt. Also, es gab mal ein Video. Da habe ich schon ein Polizeischild gefunden. Aber dass das noch aktuell ist, dass man das finden kann, crazy. Also, ich würde einfach mal sagen... Ah, die Kleidung hat schon ganz schön gelitten. Das ist halt wirklich... Ah, es ist... Nochmal werden wir nicht in das Gebiet können. Deswegen wäre es praktisch, wenn hier noch eine dritte Kiste ist. Aber es sieht schon nicht ganz so gut aus. Nee. Ah, schade. Schade, schade. Aber ein Polizeischild. Echt krass. Das liegt natürlich jetzt auch daran, dass wir jetzt zu dritt... Da steigt ja die Chance auf diesen Beutebonus um 100%. Deswegen wird das wahrscheinlich jetzt hier auch ein bisschen mit reingespielt haben, dass wir jetzt tatsächlich ein Polizeischild bekommen haben. Ähm, ansonsten... Dann gehen wir mal ins gelbe Gebiet. Dafür sollte die Rüstung noch ein bisschen ausreichen. Ansonsten bekommt man halt schon relativ gute Ausbeute, was dann dieses Gebiet angeht. Allerdings sieht man dann ja halt auch, dass eine Respirator... Ähm, Respiratorrüstung mit drauf geht. Man muss... Ja, zu dritt sollte man schon sein. Und natürlich sollte man auch entsprechend Waffen und Rüstung haben. Sonst wird das nichts. Also es kostet schon ein bisschen was. So, dann checken wir mal jetzt hier... Den Loot, beziehungsweise was die Kisten hier hergeben. Da ist der Randy. Hier ist der Technoblack. So, und dann mal gucken. Schön wäre es gewesen, wenn wir ein bisschen Aluminium gefunden hätten. Dann könnte man vielleicht in einigen der nächsten Videos die Chemiestation mal fertig machen. Aber ist ja auch noch ein etwas weiterer Weg bis dahin. So, hier dann die nächste Wache. Oh, 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 oh. Also passt auch unbedingt auf euren Schaden auf. Die Strahlung hier ist eigentlich auszuhalten. Aber man muss dann halt auch wieder die Schläge von den Zombies im Blick behalten. Also hier ist gar keine Strahlung. Das heißt, hier geht die Rüstung gar nicht zur Neige. Allerdings, sobald man sich einem infizierten Gegenstand nähert, ist dann auch die Strahlung wieder entsprechend größer. So, hier noch der letzte. Plus 100 geht eigentlich auch voll. Oh, und hier haben wir das gute Armeefutter. Beziehungsweise, wie wird es hier genannt, Armeefeldration. Also auch nichts anderes als was zu essen. Ist jetzt nicht so besonders, aber ist halt so ein spezielles Item, was man ab zweitem Gebiet aufwärts finden kann. Beziehungsweise ab gelbem Gebiet und schwieriger. Ja, ansonsten müsste hier eigentlich irgendwo noch eine Kiste sein. Das wäre sonst echt mau, wenn das jetzt hier nur eine Kiste war. Aber die Strahlung, die haut natürlich ordentlich rein. Hat man ja im roten Gebiet sehr deutlich gesehen. Hier noch ein Giftspeier angelockt. Aber der Schädelspalter hält erstaunlich lange. Habe jetzt ein paar Mal mit dem zugeschlagen. Hat noch relativ viel Haltbarkeit. So, ist hier oben jetzt noch eine Kiste. Ah, hier haben wir noch eine. Okay. Schaffen wir, denke ich mal, auch alleine hier. Beziehungsweise die ersten Zombies sollten schon alleine ein bisschen machbar sein. Ah, da ist die Rüstung schon weg. Muss man auch wieder bei der Strahlung aufpassen. Dass die einen dann nicht umbringt. So, ich helfe mal hier ein bisschen mit mit der Strotflinte. Oh, oh, oh. Also das Wichtigste, immer schön das Leben auch im Auge behalten. Beziehungsweise die Lebenspunkte. Okay, also hier auch wieder guter Loot. Wir haben hier diesmal wieder Metallrohre dabei. Kann man auch gut gebrauchen. Für die selbstgebauten Pistolen vor allem. Die benötigen ja diese weiterverarbeiteten Metallrohre. Ja, und ansonsten war es jetzt ein relativ kompaktes Video. Wollte euch mal ein bisschen Einblick im Sektor zeigen. Und wie man am besten die roten Bereiche lootet. Und würde ich einfach mal sagen, dann sehen wir uns dann im nächsten Video. Mal gucken, ob im Sektor mit Neuigkeiten übers Spiel oder halt vorm Sektor. Würde ich einfach mal sagen, bis dahin. Ciao. Musik Musik